Was geht ab, meine Starspieler Donny hier und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video. Ich mache heute 5 Matches und wenn ich schlechter als den 4. Platz mache, muss ich pro Niederlage einem aus der Crew hier einen Gefallen erledigen. Yes! Yes, ich muss niemandem einen Gefallen tun für die erste Runde. Yo, die Teamen, was? Was? Genau das sollte doch nicht gemacht werden. Und nein! Oh! Oh, das war jetzt aber... Ich muss einem Crewmitglied hier einen Gefallen erledigen. Und es ist Claudio, Leute. Es ist Claudio. Da vorne ist Claudio Studio. Hallo!